Ich habe das Ding gerade noch gelootet. Wo habe ich die scheiß Rune dann schon wieder vergessen? Wir müssen unsere Heimat beschätzen. So, sehen wir mal unter die Haube. Erbeutet ein Kriegsbornheimisch von einem eisernen Kriegkorn, einer eisernen Front und einer Anzug. Und nachlassen, noch zwei Bundes. Erstmal zum Hafen. Hafen, overall. Die Front ist auch geil, die ist zwar relativ schwer, aber da sind immer so viele Rears. Ach, hier wäre noch eine Quest gewesen, die können wir beim nächsten Mal machen. Ich habe hier nämlich noch die andere Garnisons-Kampagnen-Quest. Aber die rennt ja nicht weg. The future is now, da hat einer diesen Pip-Boy, den gibt es bei der... Also es gibt für Fallout 4 eine Pip-Boy Edition, da kriegst du so ein Pip-Boy, das ist so ein... Weißt du, was der Pip-Boy ist? Ne, den kenn ich. Ah, ok, gut. Perfekt. Da hat einer Pornab drauf. The future is now. Clickbait. Da, äh, hier irgendwie so... Weiß ich nicht, ne Dating-Seite, keine Ahnung. Und einer ist oberkörperfrei und hat sich Fallout 4 genannt. Passend zum Thema. So, sind sie da? Ich möchte schießen. Jo, schießen wir. Ja, ins Gesicht. Das ist schön heiß und klug. Da vorne ist ne Kan... äh... weiß ich nicht, was... irgendeine Belagerung... Ich will jetzt nicht Kanone nennen, weil ich nicht weiß, ob's ne Kanone ist. So, 35% und du? 30. Das ist Rare. Hab ich übrigens, äh, bitter erfahren müssen, Rare sollte man nicht anschießen. Man denkt, sie sterben, aber sie despawnen einfach nur und kommen irgendwie nach 20 Minuten erst wieder. Oh, komm her zu werden, hier. Ach, das ist ja... Wieso viel dazu? Ach, meister Korax! Gedannte du da! Ich hab gerade erst seit Obron Schlecker mit Obron Schlecker gelesen. Der sitzt so oft auf der Seite. Gerade in diesem Moment. Oh, ey, vorbei! So, ein Förder! You! So, mal gucken, ob der andere Rear noch da ist. Ich habe schon wieder eine Kanonkugel, also ein Inferno-Geschoss, wie es so schön heißt. Ne, der andere Rear ist nicht da. Oh, die Lachter, ja. Das geile Feuerball-Junge. Wow, der... Oh, mein Geschütz. Mach den mal kaputt, mein Geschütz geht gleich um den Arsch. Da gehört es nicht hin. Oh, jetzt kommt mein Huhn sogar automatisch wieder raus. Dieses Schwein. So, da vorne ist noch so ein Benaution. Achso, du kannst das ja nicht von Mord machen. Ach, wenn es nicht im Sichtfeld ist, kann ich es nicht mal andingeln. Das ist ja interessant. So, ich bin durch. Du brauchst bestimmen mal ein paar Prozent. Ja, wir kriegen noch 20. 20? Ach du Scheiße. Nimm dir so ein Inferno-Geschoss. Hier vorne müsste eins liegen. Okay, ich sehe ihn nicht mehr. Doch, hier. Ich gehe zu der Kanone, oder? Stop. Ne, nicht zu der, wo ich gerade, oder? So, von der erreichst du nichts mehr. Ja. Und hier bei mir wäre noch so ein Geschütz. Und genau vor deiner Nase, also wenn du gerade runter schießt. Da sind noch zwei Typen. Oh, meine Erinnerung. Achso. Okay, dann halt nicht. So, und dann einmal zerfrönt, und dann sind wir fertig. Oh. Das hat mir getan. Auf'n Flug. Ich mach' nochmal mein Handy an. Oh, mein... Hier, ich hab' jetzt ja... Ein neues Betriebssystem auf meinem Handy. Weil das ja... Mein Alter ist ja aufgegangen. Also ich hätte wieder Samsung draufmachen können. Wollte ich einmal nicht. Ist super pornös. Mhm. Ist das denn ein heavy object? Stop trying to finger my asshole while I sleep and calling it foreplay. It's just not going to Apple. Und dazu dieses Meme. Oh Gott, this is how Marshmallows are made. So zwei in zweihundert Kilo Menschen. Mann und Frau. Boah. Was ist das? I've did a thing. Was für ein thing? Happy Titsgiving. Swing and a miss. Ah, ich hab' jetzt gar nicht drauf geachtet, ob wir Rares waren. Rare Ware. Ja, der eine ist schon mal hier. Der Chef. Das ist schön. Wunderschön. Mach' mal den Tonken gleich mal mit. Mach' du mal die Banner. Krista. Was ist das? Das ist ja okay. Das ist ja okay. Du bist ja okay. Das dauert mal so lange. Vergiss deinen Hanisch hier nicht. Habe ich schon lange damit. Geil. Er hält noch seine Hitlerrede. Niemand darf die Bruderschaft herausfordern. Niemand darf die Bruder. Die anderen zwei Rare sind... Ah, da kommt er schon. Der entsteht ja nicht. Der feine Herr ist endlich mal gelandet. Da packt einer seine Gulaweh aus. Bis die da ist, ist der zu tot. Er ist gerade das letzte Skelett angekommen. Was ist denn das? Kapuze? Er ist mein Z-Teil. Oh! Niet behalte ich in meiner Tasche. Natürlich nicht, ne? Komm mal hier zum... Bleib mal in der Glute. Obwohl ich glaub, das reicht mir nicht. Hier gibt's hier nämlich immer auch. Da vorne sind wir zwei. Also hier zu zweit ist ja wirklich easy. Weil hier sind so viele Mobs. So viele Möpse. Jetzt glaub ich ein paar anderen Leuten noch ihre Banner. Es werden sich nicht mal mehr jetzt, äh, hier Verbände auszunehmen. Aber ich mach's trotzdem. Ich kenn das ja vorher. Nicht so wie du. Nicht so wie du Neandertaler, der noch abmountain muss, um hier seine Arbeit zu verrichten. Also... Hör auf! Scheiße, die Gronnen können immer so hochschlagen. Ey! Das hat gezählt. Achso, ich hab keine Bandagen. Gut, dann machen wir's mal. Und die Karte. Die Karte. Also ich bin durch. Was? Ich brauch noch... Aber ich kann das ja vermounden. Ich bin ja cooler als du. Jetzt bin ich auch durch. Aber wir brauchen noch Elites, ne? Aber ich weiß, wo's genug gibt. Also ich hab nur vier so ne Apexes Fragmente. Wie sieht das bei Ihnen aus? Hallo? Ähm, ich hab glaub ich schon abgegeben. Sicher? Ich hab dich festgehalten, glaub ich gar nicht mehr. Guck mal nach. Nö, also... Ich hab's schon auch schon abgegeben. Ach du Scheiße. Na gut. Aber ich weiß, wo's genug gibt. Also hier mal unten bei den Tieren und am Hafen südwestlich davon, da ist so ne Höhle. Da sind immer Rares drin. Und... Da gibt's auch immer diese Schatzthronen. Also da geht nie einer rein. Deswegen sind da immer Schatzthronen und immer Rares. Und hier ist auch ein Rares. Der meint jetzt schnell kaputt, Junge. Und hier ist auch ein Rares. Der meint jetzt schnell kaputt, Junge. Hier ist... Ja. Ich war für die ersten vier Mal so blöd, die Rear hier zu finden. Weil hier gibt's so viele Höhlen. Ich hatte ja mal umgucken, ob du so ein lila Ding siehst. Ah stimmt, ich glaub ich weiß, warum das schon fertig war's. Weil ich dir ja diese lilaen Dinger da drinnen verlassen hab. Ich guck mir auch immer abwechselst, ob das Teile drinnen. Weil alleine hier bei den Tieren gibt's glaub ich sechs Rares oder so. Oh, ne Waffe. Bitte aufwerten. Wobei ich glaub ich hab die aufgewertet oder sogar schon. Ja. Ich hab die aufgewertet. Also wenn du so einen Schatz siehst, schrei. Wenn du fällst, dann schrei. Kann leider nicht so hoch singen, sonst könnte ich Bill von Tokio Hotel richtig gut nachmachen bestimmt. Den Nachtschatten, das werde ich jetzt nicht tun. So, hier ist... Weiß ich nicht wie die Schlange da ist. Irgendwas mit... Ist auch nicht da. Das ist schon mal scheiße. Vielleicht ist die Blume da oder der Speer. Aber ich glaub die kann man alle nur einmal einsammeln. Ey, der Nachtschatten ist zweimal da gewesen oder hast du den jetzt getriggert? Ne. Der hat sich geklont, die Sau. Das ist ja mal richtig kacke, weil hier auch grad kein Rare ist. Aber wo gibt's denn noch Rares? Da, da... Okay, ich geh in die Höhle, wo ich gesagt hab. Weil da ist... War vorhin sind wir drüber... Aha, ich verliere mein Headset. Hier ist ja noch ein drittes Mal. Ich hab mich grad getriggert. Getriggert wie so eine Feministin. Hast du eigentlich einen Manorot schon besiegt? Den hab ich. Das find ich voll cool hier. Und ich weiß bis heute nicht, was gemeint ist, wenn... Wenn im Raid durchgesagt wird, Manorot... Äh, Manorot. Gul'dan verstärkt die Spitze. Ach, scheiße. Haben die grad den Boot-Mode gemacht? Fuck. Egal. Hier, der Typ hier. Jetzt mal ehrlich. Der sieht doch voll aus wie so ein... Random... Standard... Burning Crusade Level... 64 Charakter, oder? Ja. Also ein Spielercharakter logischerweise. Also ein Spielercharakter logischerweise. Also ein Spielercharakter logischerweise. Das war ein Teufelsseher. Ich sehe, dass er keinen Style hat. Ja. Genau. Ach, wer lange. Ich hab ihn die überhaupt nicht rein. Am ich den beide gleichzeitig oder kam die einfach raus? Ich hab dir was her von dieser Vis-a-Vie erzählt, ne? Sie war bei Kollegah und Farid Ben im Studio, hat sie gefragt, was sie so noch im Studio haben. Wir feiern da einen geilen Ort hin und so. Ein magischer Moment war auf jeden Fall letzte Woche, als es Andrei war. Wofür beide gleichzeitig gekommen sind. Das hat uns schon sehr zusammengeschreift. Und die Vis-a-Vie stand da einfach bei uns und dachte sich, ach du Scheiße. Aber hat natürlich mal schon ein Freund durchgelenkt. Keine Dank. Farid Ben, der klingt halt wie so ein Wildmensch. Ja, letzte Woche als... Der klingt wie so ein Hüllenmensch. Oko. Ja, letzte Woche als... Gemeinsam. Hätten wir so ein Satz gesch... Oh! Ich habe volle Gamissons-Ressourcen, ist das nicht schön? Ich darf ihn nicht nehmen. So, jetzt hoffe ich, dass da noch die zwei drin sind, weil die reichen dann hoffentlich. Also einer muss zwei droppen, dann ist alles gut. Oder direkt einer, der drei droppt. Oder 400 für die nächsten 1000 Quests. Hier habe ich nämlich auch ewig nach dem Höheneingang gesucht, der gar nicht mal so klein ist. Oh, praktisch. Ja. Aber können wir gleich wieder rausgehen, weil sonst hätten wir jetzt schon selber einen Pfeil. Läuft super! Fliegen wir jetzt hier nochmal lang, wenn wir schon mal hier sind. Wobei hier, der General, der schreit immer. Ist auch interessant, dass hier... Nee, das ist glaube ich nur ein Wachmann. Aber hier gibt es auch so einen General, obwohl das ein Hafen ist. Der hat hier nichts zu suchen! Komm, wir machen den wilden Wahl. Hey, der hat nur 27 Mio. Und dann droppt er nichts. Was war denn immer... Der Teufelshäscher war ja auch so ein ätzendes Vieh. Da hast du ihn umgekloppt mit 40 Mann und das hat er gedroppt 3 Gold. Hast du jemals den Teufelshäscher getötet? Nee. Nicht mal irgendwie mit einem High Level? Nee. Werde doch nicht. Lohnt sich nicht. Er droppt nichts. Gibt es ja so viele Elites, die einfach nur rumstehen, um dir auf den Sack zu gehen. Und dann nichts. Ach guck mal, hier ist mal wer. Und da hinten ist eine Schatztruhe. Und da hinten ist noch eine Schatztruhe. Vielleicht doch. Wow, da waren 3 drin. Na gut, dann mach ich die andere jetzt auch noch auf. Hey, da waren 15 Ressourcen nicht drin. Die könntest du ja noch mitnehmen. So, aber den ignoriere ich jetzt, ne? Oder bei meinen Töten für deine Kristalle. Nö. Du gehst auch nur in dein Bett. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. So, ich geh dann... Nee, geh ich nicht. Ich geh dann meine Garnese... 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 So, das reicht dann. So. Oh. Und der Warten ist jetzt respektvoll. Jetzt kommt sie auf die Idee zu schreien, nachdem wir 20 Minuten rumgeflogen sind. So, einmal... Käufen... Reparieren... Oh, ich hab meinen Schiff noch gar nicht losgeschickt. Das kann ich gleich noch machen. Aber ich port mich jetzt zurück und wende erstmal die Aufnahme. Nee, erstmal muss ich zu durchlassen. Laber nicht. Laber nicht. Achso, die schicken mir jetzt meine Garnese-Uns-Ressourcen bestimmt gleich nach. So. Ich bin zurückgeportet. Das war's denn für dieses Jahr mit World of Warcraft and Warlords of Draenor. Tatsächlich, Domi. Wir haben's geschafft. Alles geil. Geil. Ja. Domi und ich haben jetzt Urlaub. Quasi. Wobei, Domi muss noch weiter Apexis-Kristalle sammeln. Am Arsch-Urlaub. Guck. Das war's mit World of Warcraft and Warlords of Draenor. Guck. Tschö. Tschö. Ciao. Ciao.